Okay, okay, das habe ich jetzt mal nicht gesehen. Junge, ab wieviel Jahren ist das Spiel? Das ist ja voll brutal, ey. Das ist ja schlimmer als Dead Island. So, dann haben wir wieder... Wo sind wir jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter hier. So. Oh, guck mal. Hä? Ich dachte, das sind Menschen. Ich dachte, mit denen ich spiele, sind Menschen. Aber es scheint nicht so, sondern... Da ist ein Mensch. Weil ein Riese kann es ja nicht sein. Oder das ist ein Riese-Riese. Das kann es natürlich auch sein. So, dann lassen wir uns mal gucken hier. Was hier los ist. Was ist denn hier los? Können wir irgendwas machen? Guck mal, hier ist schon wieder eine... Hier ist schon wieder eine Bank. Da setzen wir uns jetzt mal hin. Halt. Und der auch. Und dann gucken wir mal ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange man gucken muss. Das muss man sogar gedrückt halten. So, und dann soll man hier ein bisschen glotzen. Ja? Und ich weiß nicht, wie lange... Aber nach einer gewissen Zeit, glaube ich, bekommt man eine Trophäe. Also, keine Ahnung, wie lange man da gucken muss. Vielleicht eine Minute? Vielleicht nur 30 Sekunden? Keine Ahnung. Aber hier kann man auch nicht mehr machen, ne? Hier kann man sich nur hinsetzen. Ich kann jetzt nicht irgendwas drücken hier. Sondern kann man sich nur hinpflanzen. Ja, also hier passiert nix. Ist auch keine schöne Aussicht, sage ich jetzt mal. Gut, dann gehen wir mal weiter. So. Dann muss es irgendwo anders gehen mit der Trophäe. Wir gehen jetzt mal weiter. So, hier liegen wieder irgendwelche... Kämpfer. Mhm. Hä? Ach so. Ach so, das muss man mal schieben. So ist es. Das ist ja schon ganz schön brutal, ne? Also, für Kinder ist das eigentlich nix. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel ist. Zwölf Jahren? 16? Ich glaube, eher ab 12, ne? Aber, naja. Heutzutage ist ja alles anders. Ja. So ein schöner Fuß hier. So, muss der sich jetzt wieder festhalten? Oder geht er zu? Scheint so zu gehen. Jetzt. Ich habe vorsichtshalber mal... Jetzt... Habe ich ja mal den Knopf festgedrückt. Äh, den Knopf festgedrückt. Den Knopf gehalten. Damit falls da was passiert, dass da nichts passiert. So, ich gehe mal stark davon aus, dass wir da hoch müssen. Mhm. Aber hier muss doch auch mal was sein, oder? Nee. Gut, dann doch da lang. Ja, hilf den doch mal da hoch. Kollege. Kollege. So. Der ist oben. Gut. Dann der da lang. Hey! Hey! Neuer! Und der denn da rüber? Was soll das denn? Und der hängt sich denn da ran, oder wie, oder was? Ah, ja, guck mal. So, nur aufpassen, dass es nicht abbricht, ne? Sonst, das wäre natürlich blöd. So. Ich lenke den ersten erstmal rüber hier. So, hier kann man noch hoch. Aber da werden wir ja nicht... Oh, guck mal. Hä? Null. Einfach mal so rangesprungen. Moin. Und tschüss. Ja, ist so gut, ey. Ich seh dich doch. Ja, das ist gar nicht so... Gar nicht so easy, wenn man nicht weiß, welcher hier welcher steuert. Welchen welcher steuert. So. Weil man kann ja eigentlich... Man kann nur mit den Sticks die lenken, ne? Und wenn die halt spiegelverkehrt sind, dann sind wir schon wieder beim Trinkspiel bei Watch Dogs. So. Gibt es hier irgendwas noch? Also, da muss ich dann wahrscheinlich weiter. Also, ich war auf jeden Fall schon richtig. Nur... Habe ich wieder irgendwas gemacht, was ich noch gar nicht machen hätte sollen. Wahrscheinlich. Oder? Uiuiui. Guck mal, da ist unser Blutding. Ich glaube, ich muss da lang. Da gibt es wieder irgendein Special. Rätsel. Ne. Also, ich kann es zwar anpacken da, aber... Keine Ahnung. Ob da noch was kommt? Wir gucken mal weiter. Manchmal sind die Rätsel ja so... So... Gelegt... 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 Dass sie erst ein bisschen später gelöst werden können. So. Guck mal. Jetzt können wir da rüber gehen. Ach du Scheiße, Alter. Da müssen wir den in seinem Bein abhacken, oder was ist denn los? Das ist ja voll brutal. Er hat mir eine Axt in der Hand. Und wenn es seine Hand da runter rutscht... Dann macht es... Bam! Okay. Okay. Das habe ich jetzt mal nicht gesehen. Junge, ab wie viel Jahren ist das Spiel? Das ist ja voll brutal, ey. Das ist ja schlimmer als... Dead Island. Guck mal, hier ist nochmal eine Bank. Ich setze mich mal hin. Ich glaube, die Bänke sind schon da zum... Für die eine Trophäe, aber ich kann mir nicht vorstellen... Ähm... Dass man dort irgendwie... Also, ich denke mal, dass man da einfach sitzen bleiben muss. Eine gewisse Weile. So. Okay, jetzt sind wir hier. Nee, ist wieder nicht mit Schieben. Deshalb... Denke ich mal, wir müssen hier irgendwo lang. Ey, geh mal. Mhm. Guck mal, hier kann man auch hoch, oder? Kann man da nicht hoch? Da muss man doch hoch. Hier kann man doch auch lang, oder? Was ist das denn? Moment. Also, hier können natürlich überall... Überall Rätsel sein. Ich wette, hier gibt es eine Trophäe. Hier gibt es eine Komma runter. Da. Ja. Lass mal den... Lass mal den großen. Da ist einer. Ruf dir riesen Trophäe erhalten. Du hast ein großes Horn. End. End irgendwas. Ja. Das sind diese Trophäen, die man eigentlich nur bekommt in diesem Spiel. Die anderen sind komplett... Ich glaube, einmal durchspielen, oder so. Gibt es eine Trophäe. Und es gibt keine Platin. Es gibt nur 100%. Das bedeutet... Bedeuert. Das bedeutet... Einfach spielen. Und... Wenn man die Story einmal durch hat, kriegt man wahrscheinlich die Trophäe. So. Jetzt müssen wir das Ding, denke ich, mal zurückschieben hier. Oder zurückziehen. Ja. So. Und den jetzt. Okay. Das war die Valhalla-Version. Okidoki. Okidoki. So. Dann weiter hier. Bei den Wikingern. Ich hör was. Hat da jemand geredet? Hat sich so angehört, als wenn da noch jemand wär? Achso. Waren wieder irgendwelche Krähen, ne? Oder was... Geier oder was das sind. Oder? Ich hör doch da was. Ich muss mal hier runterjumpen. Einmal durchs Blut. Also irgendwas höre ich. Ach, da unten stehen welche. Guck mal. Hab ich gleich gesehen. Sind das echte oder sind das, ähm... Also... Große Krieger oder kleine Krieger? Sind ein bisschen blutverschmiert, ne? So, da bin ich ja mal gespannt. Alter, ich glaub, die opfern da grad jemanden. Hier ist ein Kessel mit irgendwas. Hier ist ein Kessel mit irgendwas. Was war das denn hier? Did, did, did. Did, did, did. Wollen wir mal gucken? Kamera kann man hier nicht drehen. Gut, gleich sind wir wahrscheinlich wieder sauber. Gehen wir hier. So. Die haben meine Größe. Aber die haben da irgendjemanden am... Opferpfahl. Soll ich jetzt mal. Und die muss ich jetzt irgendwie retten. Oh, scheiße. Okay, einmal da rum. Oder wie? Also von mir aus können die natürlich machen, was sie wollen, ne? Das ist mir relativ urscht. Da lang? Da ist dann mein Ausgang. Die Frage ist nur... Wie geht's hier los? Ich glaub, ich bin noch zu... Ich muss mich einfärben. So, jetzt. So, jetzt. Mach deinen Move. Jetzt geht's los. Also wenn's jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So. Ja. Oh, großer Meister. Du bist der Größte. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg, ihr Kloppis. So, dann befreie die mal. Und dann abhauen. Ah, Bruder. Oh Gott, ey. Okay, ich hab's, glaub ich, geschafft. Ja, sieht gut aus. Nice. That's. lly Yeah, good. Let's go. Maurice. Sorry.